Das Album ist fast vorbei. Es ist in den letzten Zügen wie morgen. Ey, nicht abgucken, Alter. Okay, okay. Lasst mal eure Politik hier hatten, Schädelbrecher. Treffen wir euch live, ist alles Friede, Freude, Ferienwetter. Soundtechnisch, Raptechnisch, einfach vom Gesamtklangbild das Maximum rausgeholt. Das war letztes Jahr im Sommer, wo ich die ersten Sachen gemacht habe. Hier sind wir eigentlich immer reingekommen, wenn wir gesagt haben, wen sollen wir dissen. Dann haben wir uns hier so hingestellt. Inspiration. Inspiration. Flaschen. Also wenn der Mock einmal diese Tonne hier sieht, dann kann uns keiner mehr von einem Einbruch schützen. Nee. Kollege, also wir wollten uns ja vor vier Jahren schon mal treffen und da hatten wir ja telefoniert gehabt und da hattest du das Gespräch dann aufgezeichnet und dann auf JBG2 als Kit draufgetan. Und da wollte ich mal fragen, was ist eigentlich das Problem zwischen uns? . Problem zwischen uns! . . . .